Hi, halloa! Oh yes, das Spiel haben wir lange nicht gespielt. Aber es ist endlich Zeit, unseren Rekord zu brechen, bitch! Weiß nicht, steht unser Rekord? Wir müssen mal kurz gucken, was unser Rekord war. Hamid, 14. Mein Highscore ist 14, Chats. Wir werden versuchen, 14 zu brechen. Okay, okay, ich hab das. Sonde 1, Mercedes-Benz oder... Äh, Hillary Clinton? Ähm, oder Hillary Clinton? Nee, Amerika-Flagge. Hillary Clinton? Ähm, Mercedes. 1,5 Millionen Suche? Was macht sie? Hä? Politikerin? Hey, ja. Kennt keiner. There will be blood. Okay, ich glaube, dass das jetzt weniger hat, weil 1,5 Millionen ist schon echt viel. Ja! 165.000 nur. Oh, Pokémon Go! Mehr! Mindestens 5 Millionen. Mindestens 5 Millionen. Pokémon Go ist das beste Spiel, was es gibt? Beste Spiel, was es gibt, Chats! Mehr! 20,4 Millionen! 20,4 Millionen! Royal Canin, save weniger. Save! Oh mein Gott, ist das einfach! Wir haben schon 4 ohne Probleme. Royal Canin oder... Jackie Chan! 100 Prozent, Jackie Chan! 100 Prozent, Jackie Chan! Das Spiel ist einfach. Jackie Chan oder Aug... Äh... Oder Augmented Reality. Äh, Augmented Reality weniger. Ich glaube, ich glaube, das könnte mein Rekord werden, direkt mit dem ersten Versuch. Augmented Reality oder Chester oder Chester Bennington? Kenne ich nicht, ich sag weniger. Was? Wer soll das sein? Ich hab noch nie von ihm gehört. Okay, wir haben das, Chat. Wir haben das. Jennifer Lawrence oder The X-Factor? Jennifer, weil sie sieht besser aus. Ha! Nur 74.000 suchen! Mega! Oh mein Gott! The X-Factor oder... Berlin? Nee, was ist das? Wall Street Bombing. Diese, wo ein Flugzeug reingeflogen ist. Mehr, save! UGH! Was? Als ob das so wenig Leute gejuckt hat. Okay, das ist nicht schlimm, weil wir haben beim ersten reingeschissen. Da ist es nicht schlimm. Xing Xing Wang oder Usain Bolt? Usain Bolt, save! Er ist der schnellste Mann der Welt. Wobei, ist Afrika stolz darauf? Irgendwo war es auch klar, dass Afrika den schnellsten Mann der Welt hat, oder? Und warum hat er keine Schuhe? Als ob er sich immer noch keine Schuhe gekauft hat. Er ist Jamaikaner. Jamaika, ist doch Afrika. Hä? Seid ihr dumm? Mehr. Oh yes, baby! Oh yes, okay. Usain Bolt oder... Äh, 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 Athletics. Äh, Usain Bolt. Ja. Okay, Digga. Noch nie gehört Barry Minolo. Weniger, 100%. Äh, ich kenne diese ganzen Leute nicht. Das ist unfair. Okay, okay. Das ist die Runde. Aministie oder Miami Heat? Miami Basketball. Ja. Okay. Oh! Oh! Basketball kann nicht mithalten mit Fußball, bitch! Was? Was? Nein, das muss ein Fehler sein. Muss ein Fehler sein, oder? Inter Mailand hat weniger Aufrufe als... ...dieses Basketball-Ding? Äh, Muslim? Also, Islam oder Thailand? Digga. Islam natürlich. Thailand ist wichtiger als Islam? Haram. Ciao, ciao? Oder Emirates? Ähm... Oder nee, es heißt Emirate. Fly Emirate. Äh. Mehr. Wisst ihr warum? Und jetzt kommt, warum ich so schlau bin. Das liegt daran, dass viele Flüge buchen und dann geben die das hier ein. Clever! Ich bin clever! Donald Trump. Mehr, 100%. 13,6 Millionen? Okay, das war aber auch einfach. SSG Shadow, danke schön für den Prime Sub. Donald Trump oder General Election? Donald Trump. Einfach. General Election oder Lemmings? Noch nie gehört. Aber 135.000 ist echt wenig. Egal, noch nie gehört. Was ist Lemmings? Bro, das hört sich an wie ein Nachname. Oder so eine Chips-Marke. Konzentration! Konzentration! Wir können 14 schaffen. Xenix oder... Ja, nee. Xenix. Oder The Pill. The Pill. Weil Leute vergessen zu verhüten und dann brauchen die das. Oh, lol. Aber beides waren Tabletten. Was ist denn Xenix? Ist das so... Lieber-Tablette? Irgendwas, was man auf jeden Fall braucht anscheinend. Sowas Amerikanisches oder so. Tale of Two Cities? Oder Willie Mays? Äh. Willie Mays. Nur, weil er schwarz ist. Bo Jackson oder Marvin Gaye? Marvin Gaye. Ja! Endlich mal wieder was richtig. Marvin Gaye oder Taekwondo? Taekwondo. Ist das... Ist das Taekwondo? Nein, ist es falsch geschrieben? Ich kenne Taekwondo. Das gibt es auch in Deutschland. Ja. Mehr bestimmt. Nichts, oder? Weniger. 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 Fuck. Ich habe nur wegen dem Chat weniger geklickt. Einmal höre ich auf den Chat falsch. Ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Guck, wie ich jetzt perfekt rasiere, weil ich nicht in den Chat gucke. Weil es liegt an euch die ganze Zeit. Child Labor? Oder Superman? Superman. Viel geiler. Äh. Viel mehr Aufrufe. Okay. Inter Milan. War weniger. Ja, ich habe es mir gemerkt. Inter Milan oder Iran? Ho, das hat sich gereimt. Inter Milan. Hä? Warum hat Iran so viele Aufrufe? Weil sie Fußball-WM dabei waren. Stimmt und Inter Milan nicht. Kevin Harris oder... Neil Diamond? Er hört sich geil an vom Namen. Neil Diamond. Ich drücke jetzt immer genau das, was ich nicht drücken will. Louis Vuitton? Oder? Cervical Cancent. Louis Vuitton. Ja. Cervical... 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 Cervical Cancer? Cervical Cancer? Oder Bart Simpsons? Bart Simpsons. Was? 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 Was ist denn das linke, das ist wichtiger, das ist wichtiger als Bart Simpsons? Das ist Krebs? Oh. Jurassic Park oder... The Temp... The... The Tampons? The Temp-Tank-Songs? Jurassic Park. Ja! Okay, das ist jetzt unser Run. 90.000 ist so wenig, save mehr. Ja! Komm schon. Gonorea. Nein, weniger. Was ist Gonorea? Hört sich an wie einer aus Naruto. Ist echt schwieriger als ich dachte. Konzentration. Konzentration. Tila? Oder... Äh... Das. Das. Zum Glück. Das oder La La Land? La La Land. Hört sich irgendwie geil an. Ja! La La Land! La La Land oder Bulldog? La La Land. Huhu! Huhu! Bulldog oder... Steffen... Ne... Steven... Ne. Steffen Spielberg. Bulldog. Ja! Ich bin so gut in diesem Spiel. Steffen oder... Anti... Depress... Äh... Anti... Depressant. Steffen. Das ist unser Run. Ich wusste es. Anti... Depressant oder Camp Nou? Camp Nou, Baby! Joa, es war knapp sogar. Es war knapp. Camp Nou oder Quran? Die Frage hättet ihr euch auch sparen können. Natürlich Quran! Mashallah! 1,2 Millionen. Quran oder Six Feet... Äh... Unter. Äh... Quran. Mashallah! Miami Dolphins oder des... Miami Dolphins. 1,5 Millionen? Miami Dolphins oder... Äh... Kapitalism? Äh... Geld einfach oder was? Miami Dolphins. Ja! Wir sind bei 10! Wir haben 10 geknackt! Wir brauchen nur noch 4! Komm schon! Äh... Das Linke oder Star Trek? Star Trek! 11! Wir sind bei 11 noch 3 Stück! Star Trek oder... Äh... Äh... Pulp Fiction? Star Trek. Hohoho! Oh! Pfff! Star Trek oder Schweiz? 800.000 Aufrufe. Ähm... Was hatte... Iran hatte 1,5 Millionen. Aber Iran ist WM gewesen. Schweiz... Au! Ich will nicht in den Chat gucken. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich... Wieder was Falsches dann drücke. Ich will weniger drücken eigentlich. Telefon Joker, Chat! Telefon Joker! Okay? Telefon Joker! Ja. Papa? Ich bin grad in einem Spiel und... Und ich hab ein Telefon Joker. Ja. Und ich dachte mir, ich ruf dich einfach an. Und dann schieß los. Okay. Also du musst mir jetzt sagen, was bei Google öfter gegoogelt wird. Okay? Entweder... Ähm... Entweder... Pulp Fiction. Das ist so ein Film und hat 800.000 Suchen. Oder... Äh... Schweiz. Aber man weiß nicht, wie viele Suchen das hat. Sagst du, Schweiz hat mehr als 800.000 Suchen oder weniger? Weniger. Weniger? Ja. Okay, ich gucke. Ich drücke. Du hattest recht, Papa! Ja? Ja. Dankeschön, Papa. Danke. Ja. Du bist der Beste. Let's go nach Messi. Let's go! Wir sind bei 13. Nur noch ein einziges müssen wir richtig haben. Immigration. Weniger. Nein! Nein! Mann哦! 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 Ich wollte das nicht! Ich wollte nicht, dass was passiert! Beim letzten! In der letzten Sekunde macht er das! Warum? Wofür? Ohne Sinn! Ein einziger Punkt davor!